Wegkriegen tue ich ihn nicht mehr, den Zucker, aber ich kann das Beste daraus machen. Mein Name ist Monika Merck, ich bin 58 Jahre alt und habe seit sieben Jahren Diabetes. Der Grund für Diabetes ist natürlich auch bei mir wahrscheinlich das Übergewicht. Ich habe Schichtarbeit gehabt bis um neun Uhr abends, dann spät essen, früh ins Bett gehen. Ich passe halt jetzt auf, dass es ja nicht höher wird, weil dann in dem Moment, wo es höher wird, muss ich Tabletten nehmen oder muss ich mich spritzen. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass ich das nicht machen muss. Ich bewege mich wesentlich mehr als früher, das auf jeden Fall schon allein im Garten. Diese Bewegung, das hat mir auch so viel mehr Lebensmut oder mich einfach auch aufgebaut. Das macht mir einfach Spaß. Da wird dann schon auch mal schon kurz vor Sonnenaufgang in der Früh um fünf Uhr rausgegangen, geschaut, ob die Rehe schon auf der Wiese stehen. Oder hier am See, da tue ich dann eher lieber den Sonnenuntergang fotografieren, weil es die richtige Seite ist. Das ist mein Ziel, dass ich einfach noch ein lebenswertes Leben führe. Und es ist nicht so schwer. Man muss einfach immer zuversichtlich sein und Spaß am Leben haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.